Und gleich verschließen. Verröse. Was, ja? Verröses. 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 Bäh. Tack. Wunderbar. Tack. Diesmal gab es noch keine Fehlermeldung. Äh, einfach blieb stirbt. Wunderschön. Also wenn man den Servermonitor direkt im Blick hat, ist das echt eine feine Sache. Nachteil, dadurch ist das hier immer ein bisschen laggy. Das hält ja mal in Grenzen, ne? Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass das so stabil läuft. Yippie. Enderium. Enderium-Barren. Ich weiß nur noch nicht, ich weiß. Enderium? Boah, musst du in die Rezepte reingucken, kann ich dir nicht sagen. Okay, aber dafür gibt es ja keinen Erz. Enderium-Barren meinst du? Da gibt es keinen Erz für. Ne, die stellst du her, über eine Mischung oder so. Prümotium-Staub, Enderium-Mischung. Ja, ups. Prümotium-Staub machst du mit Kohle-Staub, Schwefel-Staub, Lohen-Staub und Redstone. Ja, also Invar musst du zum Enderium bauen. Okay. So, was brauchst du noch? Wenn ich noch da bin, bevor ich wieder zum Steinbruch zurückgehe. Weiß ich nur nicht. Hast du zufällig die gehärtete Erde umgelegt? Ne, ne? Glaube nicht. Doch, hast du. Die ist hier nicht mehr drin. Die gehärtete Erde? Ja. Die ist hier nicht mehr drin. Die war mal hier vorne mit drin. Da haben wir extra noch den Barrel upgegradet. Ah, dann hab ich die umgelegt. Er hat sie einfach umgelegt. Nein. Er hat sie umgelegt. Die gehärtete Erde. Tut mir leid. Sie ward nie mehr gesehen. Nie mehr. Und er hat sie nicht in den unteren Bereich gelegt. Folglich muss sie irgendwo oben sein. Aber auch da wurde sie nicht mehr gesehen. Gehärtete Erde? Gehärtete Erde. Es waren ganze Barrels. Es war sogar ein upgradeter Barrel. MS, wo ist er hin? Was soll ich denn das wissen? Nein, die ganzen Rohstoffe sind gerade gespawned. Hier? Ach ne, das ist getrocknete Erde. Nein, die Rohstoffe sind... Hier ist er. Hier, 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 hier. Ja. Okay. Hier sind drin 118 von 128 Stacks. Den müssen wir also upgraden. So oder so, weil da kommt ne ganze Menge Zeug. Jo, mach doch. Weiß der Buszeug, klick. Braucht man dieses Upgrade, dieses Upgrade, dieses Upgrade, dieses Upgrade und dieses Upgrade. Niederziegel. Däh, 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 däh. Pinot? Mhm. Kannst du mal die Kartoffeln aus der schwarzen Truhe nehmen und kannst hier mal braten oder soll ich runtergehen? Bekunden. Die kann ich gleich rausnehmen, ich bin doch da. Ja. Lass mich nur mal eben den Barrel hier upgraden und dann passt das. Der Not, ich kann auch runtergehen, ist kein Ding. Ich bin doch gleich da, MS. Es ist doch alles gut. So, 14 passen da drauf, dann machen wir das doch. Zack. Dann. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. So, dann sortiere ich das hier oben manuell wieder ein. Zack. Dunkle Holz? Dunkle Struktur Upgrade packen wir da drauf. Dunkle Holzbretter. Hatten wir die denn? Dunkles Holz? Hatten wir bestimmt. So, die Kartoffeln. Alle, die hier oben drin sind, oder was? Die in der schwarzen Kiste drin sind. In der schwarzen? Ach so, du meinst hier in der Overflow? Ja. Ja gut, da können wir die giftigen Kartoffeln, müssen wir auch aufbewahren. Ne? Die sind für Tränke. Mhm. Gut, ich hab 22 einzelne Kartoffeln. Die soll ich... Braten. Die soll ich zurecht brutzeln. Mhm. Okay. Lieber Emmis. You want it? You get it. Nice. So. Nein. So. Lol. Finn und Hör gar nicht mehr zu. Ne, vieler hört nie mehr zu. So. Das ist doch. Nocto. Wenn wir aber sehr eintöniges Arbeiten. Soll ich dir helfen? Willkommen in unserer Welt, Finn und Willkommen in unserer Welt. Wie Gott nicht. So ist das bei uns im realen Leben übrigens auch. Hm. So. Tansanit. Saphir. Ich find das immer lustig hier. Saphir. Blau. Flora, äh, der Finon. Finon führt immer Server-Commands aus. Hm. Und zwar immer Slash-Back. Hm. Nicht Flash-Back, sondern... Ach, das ist ne Stein. Slash-Back. Hahaha. Was denn? Ich bin immer zu faul zum Lagerzug zu laufen und bin immer da an die Stelle, wo ich gerade auch gehöre zu arbeiten. Ah, tsch. Tot. Nein, bin ich nicht. Oh, schade. Kupfer-Eisenerz ... Ritter-Eisenerz. Kennt einer Ritter Eisenerz? Nein, du? Ja. Cis. Cis? Cis. Cis. B-d-d-d-d-d-d-d. Ach, was haben wir denn noch? Da ist noch ne Lore. Wir haben hier auch noch ne Lore. Oh, Papa-Fio-Musik. Triumph. Also das, was ich regelmäßig habe, ich mache immer Triumphzüge, was? Bist du heute sehr witzig unterwegs, oder? Ja, es klänge falsch, wenn ich sagen würde, ich bin der Witz, also Ja, du bist ein Witz, aber nicht der. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Ich hab schon drauf gewartet, dass du darauf anspringen willst. Aber was denn, ihr, so wie ihr, so ich. Wie du mir, so du mi, meinst du? Ja, wie du meinst. Wie du mir, so du mi. Hört sich eher lateinisch anders als alles andere. Oh, Hüllensystem. Wie lang war dieser scheiß Tunnel? Die Nordbahn. Oh, die war sehr lang. Die führt bis ins Vanillabiom nach Hause. Lang, lang. Lang, lang. Nicht kurz, kurz. Nein, lang, lang. Aber dann soll ich sogar noch mal meine Spitze-Kanäule reparieren. Finon, warte, ich komm zu dir. Ich helfe dir ein bisschen, ich muss mal was anderes sehen. Wie, du willst abbrechen? Nein. Ich will pausieren. Willst pausieren? Ich muss mal was anderes sehen. Hat Gronkh das nicht damals mit seinem Minecraft-Let's Play gemacht? Ja. Wir pausieren ja aber nicht. Pausiert? Pff. Das tun nur die, die nix können, was? So, Finon. Hier bin ich. Um dir zu helfen. Ja. Du kannst diese Schicht hier Beine erstmal abtragen. Nö, ich hole Erz raus. Er macht nur die angenehme Arbeit. Natürlich macht er nur die angenehme Arbeit. Das hat er schon immer so gemacht. Das ist aber normal. Das macht den Emmes aus. Mhm. Also macht den Emmes aus. Was? Deine Witze sind genauso schlecht wie dein Atem. Das ist richtig. Und ich hab einen traumhaft schlechten Atem. Der ist so schlecht, den musst du mal gerochen haben. Nee, lieber nicht. Was ist der Finon? Bei diesem Niveau-Kli krieg ich gleich einen Ständer, ey. Echt? Nein. Iiii. Das war Ironie. Ironie. Das war Ironie. 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 Voll irre, Alter. Voll irre, Ironie. Ist das eigentlich die kleine Schwester von Iron Man? Ironie? Nee, nee, nee. Ironie ist nicht die kleine Schwester von Iron Man. Okay. Das war die Ironie. Iron Man ist die kleine Schwester. Die kleine Schwester von Ironie, ja. Was macht denn ihr da, ihr Ferkel? Äh, nix. Warum will man Atem auf einmal so schnell? Äh, ihr spielt doch schon wieder an euren Steinchen rum. Na, Emmes? An den Steinchen des Servers, aber... Sam, suchst du wieder Erze? Beim Phinon? Nein. Eigentlich nicht. Nicht? Okay. So. Das sieht doch alles schon richtig schnieker aus, Mensch. Hab ja gesagt, fast so schön wie ich. Muss ich eigentlich richtig scheiße ausnehmen. Was? Alles gut, Master. Findest du? Wie wir uns alle wieder Glied haben. Ja, 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 genau. Wie wir uns alle wieder Glied haben, ne? Wie wir uns alle wieder Glied haben. Ich glaube, was geil aussehen würde, Emmes, ne? Ich hab ja, bis jetzt hab ich nur die weißen Lampen benutzt. Wenn man in der gleichen Reihenfolge immer wieder unterschiedlich Lampen benutzt. Blau, rot und so weiter. Und dann werden wir dann nach vorne Lampen. Ne, dann ist es einfach nur dunkel. Äh, was? Bunt. Ich hab farröses Metall gefunden. Das ist schön. Sag mal, Emmes, darf ich eigentlich wieder einsortieren? Äh, ja. Schon lange. Gut. Ich hab noch was farröses gefunden. Ich frage halt nur, weil du halt nichts sagst. Ey, Emmes, ich hab noch was farröses gefunden. Dein Gehirn. Was ist denn deinem? Du hast doch was perverses gefunden. Ich hab dir was farröses. Emmes, Gehirn. Alter, Falter, schon wieder so ein Abriss. Das ist ja unfassbar. War ich nicht. Ne, du warst das tatsächlich nicht. Diesmal war es der Rechner hier, der Theater gemacht hat. Und ein ordentliches Lack auf dem Server. Was dafür gesorgt hat, dass Emmes und Phenon plötzlich auch nicht mehr zu sehen und zu hören waren. Seid ihr denn noch da? Ich war es mir so nicht zu sehen. Ja, aber mir ging's erstmal... Ihr wart einfach nicht präsent. Fertig, aus. Und wir haben circa 20 Minuten verloren. Aber keine Sorge, du hast da nicht viel verpasst. In den 20 Minuten hab ich nur, äh... Abgebaut. Und dumm Zeug gelabert. Und dumm Zeug gelabert. Ich hab nur Kaktus abgebaut und Sand. Also, alles gut. Lord, wie der Amp ist da gerade an mir vorbeigelaufen. Ja, ich fliege. Und hin und... Serverabstürze. Serverabstürze. Und die Serverabstürze. Nummer eins. Wobei ich aber dazu sagen muss, ähm... Bei der extremen Folgenanzahl, die wir mittlerweile fahren, im Vergleich sind die Serverabstürze echt moderat. Also, ich hab Minecraft-Server auch schon anders abstürzen sehen oder öfter. Also, da muss ich den Server schon ins Schutz nehmen. Ja gut, ich sag mal so, er läuft ja auch immer nur dann, wenn wir aufnehmen, ne? Das stimmt. Aber dann... Dann läuft er aber schon auf Tutti, ne? Also, man muss ja... Ich meine, aber wenn man dann einen Server sieht, der dann 24-7 läuft... Naja gut, das sind aber dann eher Clan-Server. Das hier ist ein Let's-Play-Server. Ja. Ja, und der hat halt doch schon ein bisschen... Ja... Maschinen und so was, Frau. Der ist halt ziemlich... Ziemlich und so, weißt du? In die Dusche! Abgehackt. Schon wieder? Ja, nur so ein bisschen. Das ist nicht schlimm. Ich hab übrigens ein Wegwerf-Safari-Netz mitgebracht. Cool. Ich hab wiederverwendbare gecraftet. Lol. Vier Stück, glaub ich. Lol. Lol. Aber so ein Wegwerf-Safari-Netz kannst du ruhig mal behalten. Zum Wegwerfen später, was? Nö, nö. Das ist einfach mal in die Kiste getan und... Ist gut. So. Bin wieder leer. Ja. Echt? Ja. Bo. Hahaha. Dann... Können wir schnell pennen? So. Mein lieber Emmes. Was denn, lieber... Tja. Lieber Fair? Nein, Master. Achso, ich hab nur Fair verstanden. Also heute ist es ein bisschen laggy. Ich bitte das nachzusehen. Das ist leider so. Damit müssen wir jetzt leider erstmal eine Weile klarkommen. Meinst du, der Phenon hat genug Kaktusen jetzt im Barrel? Das weiß ich nicht. Wie viele Kaktusen hast du? Na, wirf doch mal einen Blick in den Kaktus-Barrel. Kann gerade nicht. Lade mal ein Jetpack. Ach, du kannst das doch bestimmt. Du willst nur nicht, MS. Das ist alles. Richtig. Apropos Jetpack laden. Ich könnte ja mal... runter ins Tanklager. Was willst du im Tanklager? Na, mal die Lava-Eimer, die ich noch im Rucksack habe. Alle mal leer machen. Bevor der Lavatank irgendwann voll ist. Weil der ist jetzt mittlerweile schon gut gefüllt.